Dieser Typ hat einfach nur recht. Ich glaube, man sieht es auch noch woanders. Aber da müssen wir echt auch gucken. Das ist Latein, es heißt... Was heißt Latein? Spasti. Ich kann Latein. Ich bin Bocca de Ven. Käse und Brot. Also richtig. Ich dachte ja gleich, der Kellner hat so einen ganz leichten Akzent. Da gibt es irgendwas Essen. Reicht ein Akzent? Oh hey. Hi. Der Laden ist doch zu. Wo essen sie denn hier? Wo esst ihr? Ich hör das auf, mit der Kamera zu wackeln. Aber es macht so Spaß. Kommt dieses Haus gerade hoch? Ich will immer irgendwo runter springen, aber wahrscheinlich kann ich das auch nicht. Und ich soll das auch nicht tun. Aber... Ich bin behindert. Das ist mein Problem an der ganzen Sache. Da sind keine Kinder, die spielen. Was mich das erste Mal richtig geflasht hat... Haltet die Fressen! Scheiß Bengel! Kann ich mich treten? War, dass dieses Pferd gar nicht echt ist. Ich tretet mal. Dieses Pferd ist gar nicht echt. Oh, wir verpassen nicht die Dinge. Das habe ich auch eigentlich immer verpasst. Dieses Pferd ist ein Robo. Und es hat sich gerade bewegt. Diese fucking Pferden. Was will ich gucken? Wie, äh... Ja, Schnauze. Das ist nicht cool. Karawane. Wo sind die Süßigkeiten? Wahrscheinlich schmeißen sie Kreuze. Ich liebe dich. Wie kann ich überall sein? Ja, kann man auch nicht. Am meisten kann ich nicht überall sein. Hä? Dieses Pferd stand gerade hier. Jetzt steht es schon wieder da. Fuck you, Pferd! Fuck you! Du bist nicht echt. Ich will hier alles essen. Darf ich? Darf ich was essen? Ah, hier ist noch ein Mülleimer. Der ist leer! Ja! So ein Scheiß. Wenn die Mülleimer sogar leer sind, dann ist alles verloren. Ehrlich. Ach, ich liebe diese Stadt. Ganz ehrlich. Ich sage zu viel ganz ehrlich. Es tut mir leid. Ich höre jetzt ganz drauf. So, das ist noch ein Pferd. Das ist leer. Geil. Voll cool. Ich glaube, was fragt. Hä? Ich will diesen Teddybill. Wieso schmeißt man denn Geld weg? Was habt ihr denn alle für ein Problem? In dieser fucking Stadt? Milde Temperaturen bei leichten Winden auf unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Rund und gut. Schönstes Feiertag in der Columbia. Und nun wieder Musik. Da ist den Kuchen entnübt. Meine Gesundheit ist voll. Scheiße. Wo kommt diese Musik her? Aus dem Backofen? Was ist da drinnen? Ich sehe doch was. Ach so. Wein. Schuss. Kann nicht. Nein. Kann nicht. Nein. Schwein. Ja. Ich glaube. Da ist Niedergeld. Was zur Hölle ist passiert? Bezahl. Ein auf den. Bist du behindert, Booker? Hier ist niemand. Du musst nichts bezahlen. Ja, ich bin zwar gut nötig. Ein auf den. Ah, guck mal. Das können wir uns auch mal angucken. Das hat zum Beispiel auch gar nicht funktioniert bei mir. Aber jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. Das Wort. Der falsche Hirte will unseren Lamm auf... Wer ist der falsche Hirte? Ist er es? Oder ist er es? Oder er? Bist du es? Na klar bin ich es. Nein, natürlich bin ich es nicht. Nur unser Wachsinn erschützt das Lamm von den falschen Hirten. Ende! Wow. Oh, ich habe ein Archiv hinbekommen. Tourist. Habe ich das noch nie gemacht. Wer ist dieses Mädchen? Ja. Oh, guck mal da! Oh, crap. God only knows. Ich will auch tanzen. Komm. Henry, ich bin wieder da. Tanz mit mir. Henry, hast du mich vergessen? Ich glaube, Henry hat mich vergessen. Ich war auch seine große Liebe. Ihr fragt euch, warum ich auf den Wurm gucke. Geld. Warum auch? Ich hasse euch. Das ist für mich viel zu viel Romantik. Romantik. Back in 5 minutes. Ich weiß nicht, dass 5 Minuten hier war. Nein, eigentlich nicht. God only knows. Albert finkt presents today only. Das ist das letzte Mal, dass sie hier sind. Also Leute, ne? Jetzt verschwinden sie. Ja, okay. Das ist ein bisschen strange, dass ich... Ich habe ja nur einen Kopf gerade drin. Und wenn ich ein bisschen noch da gehe, dann ist... Oh, da... So nice. Oh, best. Und die kannst du immer noch... Ja, almost. Nein, sorry. Frank. Habe ich ihn Frank genannt? Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe so ein Kurzhaltgedächtnis. Ich sollte beide reinnehmen, aber dann bin ich so laut. Ich muss dich jetzt wieder verlassen, weil du mich nicht liebst. Du kleiner, süßer, junger. Was? Ich dachte, jeder liebt mich, aber er hat es nie getan. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die patriotische Mädchenliga. Oh, ja. Vielleicht ein andermal. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revers. Ja, ehrlich. Halt sie sich anders überlegen? Ich bin hier. Ich bin hier. Man schlägt noch Bier. Warum gehe ich eigentlich immer so nah an die Frauen heran? Bin ich pervers? Ich... Es ist nichts im Mülleimer. Bucker. Tja. Da ist was. Oh, Geld. Geld. Wir haben bestimmt Yasin hier arm gemacht. Ganz ehrlich. Closed. We are closed. So, hier ist noch was. Nein, hier ist nichts, aber hier ist noch was. Jep. Ein Mensch steigt ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm. Wiedergeboren. Oh, da ist er wieder. Da kann ich ihn angucken. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Mhm, mhm, ja. Vielleicht ist der Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Das finde ich auch. Oh. Oh. Das Spiel macht überhaupt keinen Sinn, wenn er nicht redet. Ganz ehrlich. So schön. Folgt sie mir? Stop it, woman! Hör auf! Wir werden niemals miteinander gehen. Meine Lady ist in einem Turm. Ich muss sie befreien. Badabum, badabum, badabum. Sehr schlimm. So. Da sind noch Fässer und so. Ich hoffe, da ist Geld drin. Auf jeden Fall. Ist da Kaffee? Oh, ja. Sardinen. Die drücke ich mir auch einfach mal so in den Mund. Was? Sorry. Spassis. Radikaler John? Was? Oh, hast du das gehört? Sie heiratet mich. Oh mein Gott, ein Blick. Hi. Das ist echt gruselig. Wo ich das erste Mal dieses Spiel gespielt habe, ist mir aber schon aufgefallen. Wieso gibt es hier keine schwarzen Leute? Strange! Und ja, im... Oh, das Bild ist schön. Das mache ich als Thumbnail vielleicht. Oh. Nice. Junge Schnauzen. Da ist noch Tess. Da ist noch Tess. Okay. Okay. Wo zeigt mich denn der Fall hin? Nach da. Okay, dann gehen wir nach... Nein. Falsche Richtung. Da. Ganz falsche Richtung. Hi. Johnny. Kennst du mich denn nicht? Paul. Eduard. Ich kann dich durch das Teleskop gucken. Oh mein Gott. Das sind diese zwei Idioten. Oder nicht? Die uns... Die haben mich... Die haben mich hierher gebracht. Oh. Was? Was? Sind sie doch da? Nein, jetzt sind sie weg. Äh, was? Okay. Ihhh. Stuart, du gehst mir fremd. Ich brauche mehr Männernau. Ich brauche mehr... Der... 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 Hi. Hallo. Hi. 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 Ich weiß noch nicht, wie ich mich bitten kann. Also muss ich erst mal gucken. Option schleichen. Seitwärts... Springen... Ducken. C. Was mache ich denn noch? Ducken. Oder ist C okay? C ist okay. Ja, ich glaube C ist okay. Also... Das weiß ich ja nicht. Nee, nix muss ich... Oh, hi. Das weiß ich nicht. Oh, mein großes Liebes. Hi. Na, jetzt sitzen wir hier auf der Bank. Freund Mais. Lass mich auf deinen Schuss. Okay, sorry. Ich glaube, ich bin jetzt wirklich auf deinen Schuss. Nein. Nein. Schwinde. Ich hänge fest. Mama. Nein, ich hänge wirklich fest. Doch nicht. Gott sei Dank. Sorry. Sorry, dass ich euch jetzt wahrscheinlich in Nervenspanik gebracht habe. Mit einem... Boah, ey, dieses Vibe. Was macht sie denn nur für eine Scheiße? Genau hier standen sie. Eduard und Edoline. Nein, sie hatten auch echt einen Namen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich springe. Wenn ihr nicht tut, was ich mache. Also die ganze Stadt so... Das ist uns scheißegal. Wieso tue ich das? Weit. Heute müsste schon jemand sein. Das ist kein Deutsch. Wer redet da? Wer redet hier? Wer redet denn hier? Hallo, gib mir dein Popcorn. Ja, ich glaube, hier sind ein bisschen alles strange. Wer redet denn hier? Nein. Hi. Du bist nicht mein Kumpel, Freund. Du weißt doch gar nicht, was Peking ist. Wieder mal. Okay. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Mr. Jeremiah. Oh, das ist... Wer redet denn hier? Wir reden nicht... Wahrscheinlich oben. Oh, hier. Der redet. Wo ich das erst mal gesehen habe, dachte ich nur... Oh mein Gott, das will ich alles machen. Und? Habe ich es gemacht? Nein. Nein, wirklich scheiße. Hältst du jetzt die Fresse, bitte? Ich weiß gar nicht, ob ich alles gelootet habe. Ich muss erst mal gucken, nach einem. Ja, mein Armer. Ja. Na, ich habe alles gelootet. Wirdet ihr? Nein. Das. Noch was. Halt dein Maul. Meine Risse. Es scheint, Jimis Freunde sind neidisch. Wie neidisch? Oh, ich habe einen Schwarzen gesehen. Der Scheme-Spark schenkt ihm zu rücken. Einzig Marke extra für Kinder. Was? Ich habe Touristin bekommen. Nein, Tourist. Yay. Cool. Das habe ich noch gar nicht gehabt. Voll cool. Wir machen natürlich auch all die Spiele und essen uns hier vor. Ja, ich bin schon wieder voll geflasht. Ja, natürlich versuchen wir unser Glück. Ich hoffe... Ich bin nicht so schlecht. Äh, finde den Teufel und treibe das Zeug aus. Und dann wisst ihr auch warum ich dachte so, hey, warum gibt es hier denn keine Schwarzen? Da ist er. F. Ah, okay. So muss ich gar nichts machen. Also da ist der Teufel gewesen. Wo ist er denn? Da. Ich habe ihn wiedergefunden. So cool. Da ist er. Also die Kraft hat mich echt nicht... Also... Oh, ich habe was bekommen. Mich so interessiert. Ich sah so, ja, wow. Du kannst halt Menschen in die Luft schweben. Aber da gibt es noch was. Ah, guck mal. Was kann ich denn hier machen? Nein, ich kann mir das noch gar nicht kaufen. Wie teuer ist denn das? Der Bronco. Ah, guck mal. Und jetzt werdet ihr merken, dass diese Speer total rassistisch ist. Voll geil. Eigentlich nicht. Okay. Luftgewehr. Oh, ich habe jetzt total gehasst. Oh, guck mal. Also ich... Ich muss jetzt erst mal gucken. reinkommen. Gottes Willen. Hallo. Oh, scheiße. Mist. Ah, kommt schon. Oh, ja, genau. Oh, fuck. Ist das eine Indianerin? Die muss ich auf jeden Fall schießen. Mist. Den ersten Preis bekomme ich nicht. Mann, das wird ja schon mal geil. So, so, so. Zweiter Preis. Juhu. Geil. Naja. Sollen wir es nochmal versuchen? Nein. Das sind auch die Foxpuppe, die... Das wird auch irgendwann... ...gezeigt. Oh, ich will es unbedingt jetzt machen. Sorry, Leute, aber... Damit nehme ich... Damit... ...will ich mich nicht sofrieden geben. Ich will den ganzen Preis. So, ja, okay. Danke. Mach schon. Okay, dann muss ich jetzt erst mal still sein. Noch was drauf! Bis zum nächsten Mal.